Heute stellen wir Ihnen den Bausatz Bin Hourglass näher vor. Dieser Bausatz ist als Lärmplatine zum Einstieg in die Grundkenntnisse des Lötens entwickelt worden. Im Lieferumfang des Bausatzes sind alle nötigen Teile enthalten. Was Sie noch benötigen ist ein Lötkolben, Lötzinn und diverse Zangen, die Sie auch im Pollenshop erwerben können. Nachdem Sie den Bausatz fertig aufgebaut haben, schliessen Sie eine 9V Blockbatterie an der Anschlussklemme J2 an. Zuletzt stellen Sie noch die aktuelle Uhrzeit über die beiden Eingabetasten ein. Nach ca. 10 Sekunden beginnt die Uhr an zu zählen. Vielen Dank fürs Zusehen und noch viel Spass mit Ihrem neuen Bausatz Bin Hourglass. Ihr Team von Pollen-Elektronik Untertitelung des ZDF für funk, 2017